Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen, Freitag, der 20. Oktober 2017. Ihr hört die Geek Talk Daily 229. Und ja, die letzte Folge dieser Woche, somit auch die letzte Folge mit mir, nachher übergebe ich wieder an den Jan, glaube ich. Doch, ja, ansonsten, ihr werdet es mitbekommen. Ich habe euch die folgenden Themen mitgebracht. Logitech und Alexa. Authy, Authy, mit Finger, 1Password, EU, Alphabet und Lift, Strafzettel, Analyst für Apple Watch, Mac Mini, Hey Siri und nette Zahlenspiele. Ich werde das nächste Mal die nette Dame wieder buchstabieren. Einmal mit Profis hier, wie immer. Na dann, Ultimate Ears, das ist ja so eine Untergruppe von, oder eine Unterfirma besser gesagt, von Logitech. Logitech, die haben jetzt einen neuen Lautsprecher rausgebracht. Wer den so anschaut, denkt, so viel Neues ist da nicht. Ist ein bekanntes, ist die Box, die längliche, so eine Röhrenform. Doch die kann neben wasserdicht und den typischen anderen Geschichten, was sie noch so kann, jetzt auch eben einen integrierten Sprachassistenten. Und hierbei hat sich Logitech oder eben Ultimate Ears für Amazon entschieden. Und dessen Sprachassistenten, den ich jetzt nicht nochmals nenne. Spannendes Produkt, Alexa für unterwegs, weshalb nicht? Oder natürlich auch zu Hause, macht auch Sinn, je nachdem. Auf jeden Fall Alexa in Mobil. Da gehen wir über. Der Zertifizierungs- oder Zwei-Wege-Zwei-Faktor-Authentifizierungs-Dienst-Authy, den man vor allem nutzen möchte, wenn man das auf verschiedenen Devices hat, sprich in der Cloud, der kann jetzt endlich auch mit dem Finger umgehen, sprich mit Touch-ID respektive dem Finger-Scan auf einem Android-Device. Sehr wichtige Erweiterung, wie ich finde, denn ja, bequemer und einfacher. OnePassword, wenn wir schon vom einen zum anderen gehen, die haben jetzt dann die Möglichkeit, euch anzubieten, dass neben die Daten nicht in der Cloud von Kanada liegen, wie es üblich ist, sondern neu jetzt auch auf EU-Server liegen können. Das ist natürlich eine rechtliche Sache und somit wird die Software noch interessanter, auch für hier europäische Kunden, vor allem im Bereich Business, denke ich doch auf jeden Fall. Es wurde schon länger gemunkelt und wir hatten es auch schon das eine oder andere Mal. Jetzt ist definitiv soweit. Eine Milliarde wird investiert von Alphabet in Richtung Lyft. Lyft, für diejenigen, die es immer noch nicht kennen, Das ist in Amerika zumindest der grosse Konkurrent von Uber. Mal schauen, was die da dann zusammen so alles machen. Wer in Deutschland unterwegs ist, und das sind dann doch der eine oder andere Hörer bei uns, der sollte, sofern er Autofahrt oder Fahrrad fährt, ein bisschen vorsichtiger sein, wenn er sein Smartphone nutzen möchte. Denn die ganzen, ja, wie soll ich sagen, der Bußgeldkatalog wurde angepasst. Heisst ab sofort dürft ihr das Device eurer Wahl nicht mehr in die Finger nehmen, sondern nur noch leicht antatschen, also leicht einfach nur antatschen, zum Beispiel um einen Anruf entgegenzunehmen oder sonst etwas. Nicht eine lange Interaktion damit betreiben. Geschweige denn irgendwie zu streamen, wenn ihr im Stau unterwegs seid und solche Geschichten. Das ist alles verboten. Gut so, wie ich finde, denn, ja, es braucht nicht viel und doch kann so schnell was passieren. Die Strafen, wie hoch das die sind, können bis zu einem Fahrverbot führen. Mein Gott, manchmal ist Reden schwierig. Und wie das genau ist, könnt ihr bei uns in den Shownotes auf daily.geektalk.ca nachlesen. Da haben wir einen Link dazu hinterlegt. Ein Analyst, von denen gibt es ja viele und die haben Meinungen. Und eine dieser Meinungen ist, dass die Apple Watch in der Series 3 ein Meilenstein oder ja ein Game Changer sein wird. Denn durch die Integration von LT und somit die Unabhängigkeit von einem Smartphone, sprich dem iPhone, könnte oder wird nach Analyse eben dieses Analysts der Apple Watch noch mehr zum Durchbruch verhelfen. Oder endlich zum Durchbruch verhelfen, wie man es auch immer sehen möchte. Tim Cook und andere Apple-Mitarbeiter haben ja schon im Frühjahr gesagt, dass der Mac Mini weiterhin Bestandteil des Lineups im Desktop ist und ein wichtiges Produkt ist. Jetzt wurde per Mail wieder bestätigt, es kommt ein neuer Mac Mini. Das wurde auch Zeit, denn ja, der letzte ist jetzt schon mehr als drei Jahre her. Das weiss ich so genau, weil in einem solchen spreche ich gerade. In meinem Podcast Mac ist der Mac Mini der letzten Generation. Apple hat wieder mal einen Blogpost auf seinem Machine Learning Blog veröffentlicht. Und dieses Mal geht es darum, wie dieses Hey Siri, sprich generell wie die Sprachassistenz auf dem iPhone funktioniert. Und hier seht ihr, da habe ich Flugmodus, es passiert nichts. Na dann, wenn ihr euch ein bisschen einlesen möchtet, wie das Ganze funktioniert, ein bisschen wird es euch erklärt auf dem Link, den wir hinterlegt haben zu Mac Notes. Den Rest könnt ihr euch natürlich bei Apple im Blog direkt nachlesen. Das war es nun auch schon, wie gesagt, mit der heutigen Sendung, aber auch mit der Woche mit mir. Ich hoffe, ihr hattet viel Spass, konntet gut aufstehen und ja, jetzt kommt das Wochenende. Ihr dürft wieder ausschlafen und müsst nicht jeden Tag um vier Uhr schon wach sein, um die Daily zu hören. Oder ähnlich. In diesem Sinne, besten Dank fürs Reinhören. Euch einen wunderschönen und vor allem erfolgreichen Tag. Und nachher vor allem ein tolles und erholsames Wochenende. Euer Poughkeepsie. Bis dann. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.